Okay, dann lass mal hier ein New Game klicken. Okay, dann telefon. Bami, what works? Hey Jeff, how was the ride? Do not want rats to rough you up? Bami, what's going on? People want you dead. We got a tip-off. You have seven days starting this morning. Why seven? It sounds like the ring. It's almost midnight. What took you so long? We were checking to make sure the tip-off was legit. The thread is very real, trust me. Alright, any idea who's behind it? Almeida? Stratachist? Mold? The mayor? All the same faces, huh? Comes with the territory. Get some sleep, it'll be a long week. Good night. Good night. There's no way to sleep at home. Okay cool. There are only six days waiting for me. Now, I should go to sleep with a horrible thing. gotcha okay Okay, functional alcoholic that narrates her own life, formerly right police, presently divorced, disgrace Clip-Clop, exceptional thief with hooves for hands, and stuck in every sense that can't talk Dr. Scooter He, medicine and torture, like old ox, fantastic and loyal, good boy, he knows how to be bad to people I guess, what's this? Good when I know the... Accountant trouble, before I dragged you to the safe house, I asked your accountants to call me every hour, it's been an hour and a half, time to check his office Okay, then we can see his detective hinshicken Let's see, Derek Jeffrey, 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 Jeffrey You're having a fun week, aren't you? What do you know? That you'll be dead, very dead, by next week, I'd like to help People won't react, well, it's chaos, and there will be some chaos I'd like to run an interview with you, are you in? What for? I just explained it, look, you don't need to waste any time I'll write it myself and then wing it an hour There's more to figure out whether I should help you or not And did you? Not sure yet Should I help you? People will get killed in the crossfire, innocent people Hmm Check your TV at 5 See you See you too Archeon 5 Breaking news NKPD have raided Boris Innocent's office We have yet to learn whether they had a warrant or probable cause Boris Innocent is Jeffrey Cox's long-time accountant Okay So both are equally possible Das heißt, jetzt wissen wir mal, was mit unserem Typ passiert ist Okay, warte, da, hier Maltmalfunction Der Jones returned to work like nothing even happened Fungus Okay, 5, 5, 5, 3, 9, 9, 9 Fungus hier Something's wrong with the Sherlock board Huh? It won't open Motherf... I'll call back Sure So, jetzt hier wieder neue Neuigkeiten Okay Two Juggerdecks that never visited the milk bar And their lives have hijacked the taxi Police know how they look And buy a hop suit Check the board Should work now Thanks Oh, and wieder breaking news What the hell Jeff, did you check the board? No, not yet Check it then If it doesn't work, call Fungus We'll help Can help you a lot Will do I'm gonna show him this one Here, okay Also Quantum Ferrets presents Sherlock A hacker fungus works her magic on this app Look, when you learn information about someone Their picture will appear on the board Click or tap the picture to see the information When ready You can accuse a mastermind Red Or a mole Green Be careful Your choices will kill Neutralize your targets Okay Okay Also Was ist das hier Hier Sentient fungus Oh ja, by the way Wir sollten mal Hier mal reinschauen Was ist das hier Jailbreak Cobbots have taken Boris To their headquarters He'll be shipped off world To be tortured Integrated Interrogated Very soon There's no time to spare Ich glaub Das sollte sie dann machen Was ist das hier? Missing Cobbots Apparently Albertino Lost some Cobbots In Little Venus It's not unusual For people to disappear there But never official Employees Even Robots I'd say It's worth Checking out Okay Dann Lass mal I don't know Clip-top Hinschicken Was die Hier so dem anderen Ding Es ist halt Ständig passieren Dinge Und ich kann Irgendwelche Leute anrufen Mindy Little me Achso Mindy Ist meine Tochter Okay Rufen wir die mal an Und schauen mal Ob es denn gut geht Hey dad Ist everything okay How are you doing Porky I'm okay Bam You set me up A real bunker Jerry and Hackranger Are looking after me They're cool guys Hang in there So Gut Dann schau ich mal Nochmal Nach der Love of my life O4 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 I need you Okay Okay Die hat nichts Direkt aufgelegt Okay Das sind aber die Leute Die wir anrufen können So Wir wissen wenig Wir wissen wenig Über sie Ah okay Ich glaube wir haben hier Gerade ein Sound Bug Deswegen warte mal Müssen wir mal Die Gato Ausmachen Wieder anmachen So Genau Jetzt haben wir das Eher Das sind die Fungus Okay Wir müssen jetzt Eigentlich warten Oder Was ist das hier? One One of the Luckily winners Of the Love Asteroid Chance Was Fantastisch I don't know In a pop You know That Worstix Favourite show And luckily His own Reason to live Let's check Out the Crime scene Um Wait Okay Der Dieb Hat nichts Rausgefunden Dann schicken wir Doch daraus Und nicht den Dieb hin Find a guy Called Professor X He's organising Some kind of protest We should talk to him Make him stop That nonsense Ja dann Schicken wir doch Den Dr. Scooter Dahin Das könnte Potenzial helfen Find honest jobs Well stayed jobs Security Seems they are Reluctant to give up A steady paycheck And my convincing game Could use some work Maybe someone Could have a chat With them Ja das würde Dann würde ich Dann wieder Ihnen hier hinschicken Okay J-Break Job well done Nice Boris Breaking news Will dann vermutlich Auch sein Sehen gerade raus Warum For phony crimes Deniser Deniser But will dann To ignore His pronouncement Some time ago Okay The Soist Um No good Done This was a crime of passion All the gore Can see Is any leads You could follow And in this mess We can't even do A reliable DNA test Okay Kind of job well done I'm not sure What But Okay Um Let's gleich mal schauen Was wir hier Okay Five Five Two Three Seven One Wunderbar Bami Mal schauen Was 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 Kommen Yes Everything okay How did Lutso Get this number Showns TV But somehow Communications Aren't her thing I've greased on palms But it seems like I didn't get them Greasy enough Wunderbar Duh Great Sending you The contact details For the Airport CISO And the address In case you won't Be bothered to chat Good boy Okay Okay So The good doctor Sent his reward Professor X confessed to stalking your daughter He's also all 14 years old Encourage him to get the hell out of this planet New clue We have a new clue Okay Very good And what Has a dedicated fan Okay Also The CSO Gave it my number Das Ding ist Wir müssten Eigentlich mal schauen Ach ja Und nach Bricht er rein Okay Wir haben nur noch 5 Tage Um nicht zu sterben Jeff I'm still getting my team ready Doesn't mean we shouldn't act Let's get them out I'll set aside a pack of rats To Make the catch Make your choice on a board What will happen to them I'll Kill and neutralize them Of course I'll have the chance To talk to them first Just in case you made a mistake Good to know The Butcher Hey man So I got audited And When I say that I got audited Well I mean the whole distribution That's a bit much for me It's a lot You know So I'm out Bye There they come by me Okay Lommason Can you Malas Small Tang Wer ruft denn ihr an hier There's already an activity On the tablet To take care of that But I will cool and neutralize him Immediately Well I want to talk to him Fight me I haven't trusted him Since he went neutral During the Oxford trouble The Butcher of Ganymates My eyes He's static spy now I need to draw this line I'll remember this Okay Then check my mile Then deep There hin Clue Was worst Ticks Cop Was Man Since I'm Disappearance Apparently They were just We're loaded in the job Shop by Kitten Sounds like a bullshit To me too Surveillance Something's going out To do Done Schicken wir Zina mal hin Und Chatten Was I don't have a chance To get more troops Multiple function Okay Ah shit Wir hätten hier in die Die Burmy Schicken sollen Ja okay Das ist jetzt halt Versteck Was So mal schauen ob wir das jetzt noch irgendwie zeitlich hinbekommen Clip clop Clip Clippy clip clop Clip clip Clop Sure why not I have no idea What you were Telling me What Still may he has family jewel It might be good for the operation If he's She's behind it Okay Dann Warten wir hier mal Das hier Werden wir jetzt leider verpassen Weil wir nicht genügend Leute haben Die wir in der Gegend rumschicken können Wir haben eine neue clue bekommen Got cannibalized So Hoffentlich werden wir mal fertig So langsam mit allem So mal schauen So Some kind of Grit Blackout Hospitals are swarming With mold It's on lockdown Clip clop Okay Gut zu wissen Okay Sie Schicken wir mal hier hin Zum chatten Schicken wir irgendwie hin Okay Warte dann Das hier Was ist das? Okay Ja mach halt Und Clip clop Nee Ist Nix rausgebunden So Und jetzt müssen wir nochmal rausfinden Na komm Schicken wir mal So einen braven Hund dahin Frage mal ist Frage ist ob wir hier Nachdem wir den Butcher gekillt haben Auch noch rechtzeitig Zeit haben Darüber zu gehen Oh man 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 es passiert sehr viel sehr schnell Dankeschön Kannst du mir helfen Sie alle identifizieren Ja Wie lange 24h Call you back Gut Okay Wenn sie das wirklich hinkriegt In 24 Stunden Werdet es ja grandios Dann hätten wir Genau von diesem Tag Echt sinnvolle Dinge getan Ja gut Ja gut Schon wieder diesen Job hier nicht Ich hätte halt Melinda hier Ich hätte versuchen sollen Sie dahin zu schicken Ich meine Es hätte nur schief Also Es hätte schief gehen können Klaro Aber Hallo Hawkeye Vielen Dank dafür Für deinen Sub Und vielen Dank für die weitere Unterstützung Man Much appreciated Hier geht's hin Wir schauen uns gerade übrigens Safe Koch an Ein Spiel in dem wir Ein Mafia Boss sind Und Wir wollen uns Vor unserem eigenen Tod schützen Indem wir Eine Woche Zeit haben Rauszufinden können Wer der Mole ist Wer Der Mastermind auch ist Und das Ding ist Wir wissen es nicht genau Wir können Leute verdächtigen Und einfach Leute umschießen Oh ja Ach ja Banane So Kommen wir jetzt zurück Der ist some dude Standing in the middle Of the street Creeping people Witnesses say There ist mold on him But he doesn't respond To anything like The usual drones I say we kidnap him Okay Können wir gleich machen Wenn hier Fertig ist Okay Okay So Was ist das? Ach, schade Okay, das heißt Breaking news, wir haben uns hier Wir sind berichtet, ich denke, von Laugh-Hastroyd-Show Was bin ich von dead? Komplett sich in die Füße Fade me once Can we remove the header? Oh no, wait Scheiße, ich wollte die nicht Ah, dang it Wollt ihr nicht als Dings Mist, Popcrawl, Maltman doesn't seem to be looking for trouble They're just drinking and having fun Okay Dann I've got droogs in my house In my house, Geoffrey How do they gain? Bribes, Geoffrey Have you forgotten how the city works? What do you want me to do? Get him out of here Or look after them Let's say he's wanted this club since she got here But she will be denied Oh, he sent somebody Also, morgen dann halt So, nach vier Tagen Was heißt The Welder Killed All at water Facility Okay, what's Direct Farmer Slaughter I thought you were taking care of it Someone shut down my farm Because of a bullshit infestation There's a riot in the slaughterhouse Not a strike An actual riot Whatever plan you had You need to deal with this shit first I'll get to it when I have time Okay Okay Cool Okay Okay, schicken wir mal jemanden hin Okay, schicken wir mal jemanden hin So Dann über den da hin Uh Torture doesn't Work So Let's get him I don't I guess I don't know Someone's working well Flungus is in a safe house She's out of her mind With fear She's ready for your call What's going on with your slaughters? You know what's happening Yes, I do You've got a nice little ride on your hands Your supplies with food Only that slaughterhouse running The farm too But there's no ride there I can help with rides What's in it for you? Are you stupid? Supply Two ways to stop a ride One suppress it with eyes of irons Or two give the riders what they want I can lend you droog Or horror show I'll assist with some spin on Oxford's death Will they go halfway afterwards? They should Death? What do you mean death? You kill him Revolution style Then I'd launch a segment Spinning the whole thing Naturally you do the killing Deal What are you doing inside my walls? You were acting weird Sorry I get emotional when I see a movie A movie Die hard Let me guess you were right Rooting for the Gruber Why would I? I love John McLean He survives no matter what And the first one He relies only on his wits Way better than the over-the-top bullshit Of the latest sequels For once I agree with you See I knew it would have something in common We could watch movies together Why did you have to ruin a nice conversation? These are silly for an O Jeff I just had an idea So I've been getting my guns tools From a very shady gun tool runner I need high level shit I have no reason Probably not the only one Should we see if anyone else Order something big? Sounds like a plan So What's the order? Yes Deaths to me to the porno Jeffery Jeffery It's me All of me Would you mind killing my cancer? Or giving it back? Excuse me? Maybe it's not cancer Could be more like Parkinson's Dementia Anyway The drone you have And I can't control He makes me sick Literally And I can't control him He's free? His braids are fried And sick me Has no control Eating rather than sleep Shepherding I don't want to suffer Release the infected first Release? Really? Of course not Burn the mold Was? Ich bin irritiert Was ist hier gerade passiert? Ach Come on Okay Um Das ist super schwierig hier Ja Dann schicken wir mal sie hier Primate graduation Ja Muss ich mal We should Schicken wir ihm mal Er kann zwar nicht reden Aber wird schon okay sein Und dann chatten Gehen wir mal hier Chatten Mit dem Oh man Mann 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 ey Das hält mich hier Ganz schön auf Trab Ich finde das Ich bin auch nicht ganz so glücklich Mit dem hier Maybe he's the mastermind Maybe Das wäre super Wenn wir gerade jemand zum chatten hätten Zum Beispiel Dina Hack some computers Find some stuff Thanks Okay What did we find? We can constantly read Slash of a policeman Das ist aber jetzt nicht so viel Was die gute Nichts herausgefunden hat Wie ist mein number Who the fuck is he? Gave mein number To everybody Das ist super Achso das ist hier Ask the C zero Okay Ja super Dann lass doch mal hier Den Den Typ Da hinschicken Was we all that? Tax Fraud. Na super, haben wir nicht rausgefunden. Safely. Na klar, dann schicken wir doch mal... Was ist das hier? Schicken wir doch mal hier unseren Detektiv da noch hin. Und weil wir gerade nichts anderes zu tun haben, machen wir das hier. Ist total schwierig. Oh Pia, du warst da? Schön, dass du da warst. Hast du früher schon geschrieben? Ich hab gar nichts gesehen. Auf jeden Fall schön, dass du da warst und auch dir eine gute Nacht. Schön, dass du reingeschaut hast. Freut mich sehr. Nun warst du Minuten zugehört. Okay. On our side, you just painted here a cheese at the last supper on the wall of our farms. Sollten wir rausfinden wer es ist, können immer gut Leute auf unserer Seite gebrauchen. Problem ist wir haben niemand so wirklich von dem wir sagen können hier ist vielleicht ein Maul oder nicht. Ich muss auch zugeben ich bin relativ unsicher wie ich genau hier vorgehen soll. Sollten wir noch mehr Rats zurückkommen. Sollten wir noch mehr Rats zurückkommen? Sollten wir noch mehr Rats zurückkommen? Sollten wir schicken wir da jemanden hin und zwar unseren treuen Hund. Es ist leider schon wieder bald viel zu spät. Ich würde gerne hier noch die Burmier hinschicken. Well I can't say there is anything remarkable about the illustration mostly human crimes from the time before human officers were removed from the force. Belinda tells us about several of them. Okay Tag ist vorbei Und der nächste Tag beginnt Ich bin noch gespannt, ob wir das noch irgendwie hinkriegen Wir haben nämlich nur noch drei Tage übrig Und irgendwie haben wir nicht die Dinge rausgefunden, die ich gedacht hätte dass wir sie rausfinden könnten Anruf wieder Bad news Fungus hat eine death-expiration switch on her computer Sie publische Details of all your crimes on the internet I'll just have to deal with it Das ist nicht gut Jeff, wir sind bereit Was? Armored rights are here and accounted for everyone Better be right Or a second attempt will be after your death-expiration So I call you when I make my decision No The Sherlock board There are buttons and confirmations You didn't check it, did you? It's on the wall to your left If anything's wrong Call Fungus Ja, Fungus ist halt Ich muss an die Option Dad, I'm sorry What's going on? Oh, Ben, me called you I snuck out yesterday What? It's dangerous outside I'm not a baby, Dad I can't take care of myself I wanted to help Lurge the enemy out Build some morale on our side If it fails It's just graffiti If it works, you know who to kill Porky, you're too young for this Okay, das heißt, wir wissen jetzt das Seed as well Okay, here Certainly lovely relationship here And all of them Conjuring, Kroos Ugh Okay, annual carnivals today Small, set up quite a show With more singers, actors And performers Of course, recruitment booths Are all over the place Das problem is Jeff Meila's dead Oh No idea Meila has Landon Looked down the starport And they've sent cats From in case I did it There's no escape Correct Set up the vents But don't send anybody there Cats have entrenched well Although Although I have fancy weapons I'd like some Good help a lot I'll think about it Ach, wer klingelt denn da schon wieder Jeff Get on the tablet Now Your daughter is dying Send somebody What happened On it Was Geh hin Clip, clip, clip Was Ja Clip, clip, clip Oh, gosh Im Himmel Ach, sure That's a good idea Klopp, klopp Okay, lass Ich hab keine Ahnung Was der Junge mir sagen will Ernsthaft jetzt mal Horror show Luxury assassin My beloved Koch You are so hot right now I'd love you to join me For the premiere Of my debut feature film My throbbing invitation Has already penetrated Your captain's inbox Oh, no Was zur Hölle Okay Okay Wir schicken unseren Hund Okay Okay Nein Ernsthaft, sie hat sich sterben lassen This is It's not good Ist nicht gut Military sniper rifle Das ist Alles andere ist gut Vor allem wenn sie Das ist Sie der Mole ist Wie gehe ich dagegen vor Mr. Koch Have you decided To join the fold I saw your drone In the city It was acting weird Ignore it You're lying Faded initiation Attempt No, I'm not This won't run away Before I could fix him Run away Yes, not all infections Go smoothly Outside of a controlled Environment They lose intelligence And run away And then the damage Persists And they can run No more The more I know The more I know About you The less I like you Hey, Jeffrey Help me I'm at Horror Show's premiere He didn't intend me To be a guest I can't close my eyes Explain Videodrome It's Videodrome I'm his putrid movie He tortures me Holy shit Do you know where you are? No Find me Help me I'll try Okay Wir versuchen mal Dem Typen zu helfen Weil Oh, okay Cobbots Lee Harrison Is dead Okay Wie auch immer Lee Harrison war Komm, wir schicken sie mal da rein Let's chat Let's chat So Was kann Simon So Und wenn das mal raus Wer war das, der unsere Tochter umbringen wollte Janitor 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 Is dead Okay Irgendwer Mag City Services Nicht ich habe halt ernsthaft keine ahnung am ende ist es halt wirklich bei mich das mal letzte noch anrufen ich kriegen wir aus irgendwas raus ist ihre nummer so la la if was wrong with your damn robots oh so many things is it about the premier just to ignore his inventors he can't help he was programmed that way he's torturing mold so we thought it like that you condone that no but the management doesn't care that's stratocast for you personally I'd go for something a little more artistic like exploring more the fact effect on the economy it would be more interesting glad you see it like that I'll ask him to stop I can always come up with some excuse appreciated I have an offer you won't be able to resist I'm like most of my offers and listen mold is attacking my studio now I could just film this mess can't be done with it but how about a little three-way with your associates some cinema verite you know sexy mascara beating off an alien infestation even the thoughts makes me shiver yes sick I want nothing to do with that god dang it Jeff it's me all of me I appreciate your help that monster I will cannibalize him I'll return the pleasure this changes nothing mr. coq it's mr. government get your snout out of my operation put it a better you use like oh say apologize to me I'll send you the details do it or there'll be no replica military toys for Burmese who are you like who the fuck are you oh shoot I had to know that we could still have the mission but we have only two days good ah shit show Alice on it shit show what's here very your child yes I sent her Stealstuff... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Abtack site. Aber da ist ein paar. Okay. Okay, gunrunner assistive report, encountering gunner, representive aspect, the gun toolrunner was in the run of the mill criminal. Check man ihn, hat noch nix zu tun, Nikan TV, achso da kamen gerade die Nachrichten, ja supi, wen können wir denn anrufen? Machen wir mal Boris, schon lange nicht mal angerufen. Jeff, hi, he's Boris's wife, he's sleeping, can you let him rest for a while, he's been there a lot, wake him up. No, he's walked long days and even longer nights for you, have some respect. Fine. Fine? Dude, we're dying in two days. Sorry, poor crap. For real, Dota. Ah, die anderen Reihen können wir halt nicht besuchen. Das waren halt drei Aufgaben auf einmal, das ist halt schon ziemlich viel gewesen. A wave of gruesome murders has engulfed Nukan. We don't know who's behind this, but it's definitely a good time to be a nobody. Mike, what's the latest on security? Then get some more. Jackass. Well, because you're not a nobody, aren't you? You are somebody. Cut post. My thanks, Walt, with these new toys I can take on the world, but not entrenched cats. So don't get any ideas. Okay. Um, because of fire. Including the children, that's... What the fuck? Fuck. 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 Let's say, is that expired for real, is not good at all. We need to find out who did it. Wenn's jetzt halt wirklich Bermi war, dann... Dann haben wir halt so verschissen, wisst ihr das? Dann haben wir hier nämlich gerade... Dann ist die Frage, wer ist das? Ich ruf nochmal hier... Dings an. He's sleeping. Fuck you. Weck ihn halt. Das kommt mir komisch vor, dass ich den nicht mitnehmen kann. Wir nehmen den mal mit. Jeff... Jeff... Dying... Hurts... All of me. What's going on? I don't... No... I... Love... You. What the hell? What the hell? Okay... So langsam sind alle Player halt tot, das heißt, es ist nur noch... Der hier ist es halt. Warte, der hier. Und ich glaube, es ist er hier. Bermi. Automatic posthumous message courtesy of the Shadowcast. Jeff, if you're listening to this in the meantime, dead expired. Pardon the cliche. I'm sorry. Very sorry. Some India aren't lost there. Fun... Fun working... Together. Oh shit. Um... Nobody unlocked. Poison overdose. I died? And I don't even get this... Ich weiß nicht mehr, wer mich umgebracht hat. Was zum Scheißdreck hier? Okay, wir müssen... Das war frustrierend. Das war super frustrierend. Was war das denn? Okay. Ich glaube, gerade haben wir das Spiel kaputt gemacht. Aber super, super schwer das Spiel scheint mir. Um... Um... Was war das hier? ok also es gibt ja auch ein guide wie man herausfindet wer ein verraten hat aber lass uns doch noch eine runde spielen nochmal die sieben tage machen und dann schauen wir mal ob wir vielleicht diesmal schlauer sind ok probieren wir das ganze doch mal ok ja das können wir schon probieren wir das ganze doch nochmal vielleicht müssen wir diesmal ein bisschen konzentrierter ähm den leads folgen ok dann rufen wir jetzt mal hier fang es an 5 5 3 9 9 genau ähm oh je ok das heißt das haben wir schonmal außerdem schicken wir mal hin und schicken oh no schicken wir mal den dieb dahin so 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 Joey dir jeffrey 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 honour du wie w PD ich for w w will be some chaos I'd like to run an interview with you okay what are your questions questions we don't do it that way I'll write myself and wicked on air there's more to figure out whether I should help you and did you I'm not sure yet here we will do this with innocent people check your tv at five okay 17 or miss not office now so they're one of why are you in my territory your drones just stopped they're not drones damn me sorry I was watching a scary movie sometimes I twitch a bit the movie terrifying a poor thing tortured by horrible people with red hot irons fire and pure alcohol poor creature that wants to fit in what's it called the thing have you seen it I have to go so cute oh no hat er mich jetzt gefällt sind ich sogar das war nicht gefällt na super I should want to deepen Vicky enforcing gossip boss I'm sorry for what I'm too weak to help you I get it I want to get stronger I need your help for that I'm gonna help to be the best I need to beat up the best not to death just black and blue who do you have in mind I've talked with Omni she's happy to organize a match Vicky van der aels versus ruin rat Bermi's best hand to end fighter he knows come muggy he's a soldier you wouldn't stand a chance watch me gonna drags his clowns save it for the fight okay na dann schicken wir mal Sieder hin Der Direktor. Jeffrey, es ist mir. Der Direktor. Ich habe jemanden, die dich an. Es ist nicht ich. Ich habe gelernt, wie zu rebelen, zwei Jahre ago. Ich habe mich gefragt, ob du ein Plan hast. Als ich habe. Okay, got it. Let me know if you need anything. Take care. Okay, ich bin mir mit Melinda. Vielleicht können Sie mir helfen. What do you think about our situation? The question was barely a notch. I was eager to jump for accusations. It was the Dairy Queen herself. Sure as sure can be. Okay. 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 Das heißt, Melinda sagt, Das ist lit, so. Das ist lit, so. Well, Melinda, hon. Hey, Dad. So did I go. What should I do, Melinda? Dad, I'm 14. Can't you call Aunt Burmy? Considered homework. Dad. Think of it. It's a puzzle. Who could be a mole? Okay, I'll give it a go. Sure, Pocky. Has been cancelled. Why hasn't been cancelled? The show shit didn't show up. Get it off and benched. Just can't spare any people right now. Eigentlich haben wir ja jemanden geschickt. What the hell? Ich glaube, wir haben es mal richtig falsch angefangen. Okay. Schauen wir mal nach den Cop-Bots. Also eventuell es ist halt wirklich lit, ja. Können Sie sich mal anfragen, wer sie eigentlich da soll. You're tipped hard. Yes. Yes. Who tipped you off about the whole thing? Don't know. Just got a bunch of data analysis. Military grade, the numbers are very legit. You put me in a panic room because of some numbers. I use the same software. Just not the government premium version. who wants to track it down and call Fungus. Not Mold. Our hacker. I know who Fungus is. Didn't stop you the last time. Did she? Did she? Jeff, it's time to keep your end of the deal. What are they talking about? I received the threat? I received the threat to not the usual kind. You better send someone to keep the Mercurial safe. All saying, just hellhole over to the Dairy Queen. All right, so we'll be there soon. I'll be there soon. Der Hund, der kann am besten reden glaube ich Hallo Alpha, sorry Ah genau, wir spielen gerade hier, safe Koch, by the way Wie geht's denn So Du findest mal raus, ob wir da ein Ding haben Accept download, thanks Oh shit Brisa's calling you right now, but it's weird, you didn't ask for your number You found me, I'm Mr. Governor, nice to meet you I won't answer any question about my tip-off, but I will keep in touch This relationship could prove to be quite beneficial So viel dazu Wer bist du? Super Außerdem habe ich total vergessen um 17 Uhr hier auf dem Fernseher zu schauen Ich glaube wir haben immer bis so 21 Uhr tatsächlich Zeit um Missionen zu vergeben und Dinge rauszufinden So Also, bear me Jeff, I'm still getting my team ready Doesn't mean we shouldn't act Let's get them over Let's set aside a pack of rats to make the catch Maybe try some war Gotcha Hey, so did you move my stock? No, I didn't Yeah, it's not there And, uh, I can't sell my stock if I don't have it Mysterious disciplines aren't your thing, so call me when you're done You could help damn waste of space Okay, I was like hacked some computers Found some stuff Thanks Okay, nice Finally got himself a new jacket Wow, thank you This is so Useful So Okay So Can't put I will have something on you Uh, we can't keep my stock I will have something on you Now Go 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 im letzten mal war es nur ein nummer film jeffrey it's me again director sound going well you mock me what i'm not the scooter hallo time for your daily tip what is it you have to say please like good little people please check your board then say thank you thanks super ich dachte wir sind ein schwein und nicht ein Affe prepare to kill omni oh she actually did prepare to kill omni clip clip wie die clip clip klopp oh gott im himmel ah ja so genau dorado da ist noch das falsche spiel drin tatsächlich mhm 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 Okay, wir müssen jetzt mal schauen. Wir schicken mal unseren Hund hier hin. Und als nächstes... Ich wünsche mir halt echt mehr Leute aus. Hast du mal auf deine Liste gepackt? Okay. Warte mal, ich glaube es ging. Es gab es aber auch nur auf Steam. Und gar nicht auf Humble. Ich bin immer noch ein bisschen... Unsicher, wie ich genau an die ganze Geschichte herangehen sollte eigentlich tatsächlich. Ob ich mehr so irgendwie schauen soll, dass ich mich auf ein Thema fokussiere. Oder... Oder wie? Okay. Ja, haben wir das mit der Homework doch. Ach... Ach, sie sollte wieder zurückrufen. So... Es ist Mold. Warum? Wie... Es ist ein evil alien. Okay. Wie... 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 Okay. Wie... Ich gide echo... Rei... Wie zäh... Wird robots, Unkai Finis. We thank you for your cooperation, yet it was very civic-minded of you. To help, quite, but he helped. Oh? He will tell. He's nice. He's a criminal. You said that about the Wangstein, too. Apologies, minor funnels functions. Your civic spirit is noted. Are you sentient? Please tell me you're sentient. Oh. 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 Okay. Können versuchen hier den Dings hier zu kidnappen Stinko Okay, wir schicken mal den Deep da hin So So, dann legen wir Da noch ein Dings hinschicken Unsere eigenen Leute Und das hier Das könnte Dings sein Claims the director is innocent Okay Das heißt entweder Das sind Scooter und er in Codes Oder sind beide unschuldig Und er ist halt immer noch missing Let's uh Can I have my cargo back Or even say please Shut up You smuggle people Look I'm not asking where the food comes from Whatever you do at your slaughterhouse is your own business Same goes for whatever you grow in your farm It's not like I do this is a law-abiding citizen Can you remember my cargo Or I'll do some investigation Investigator of journalism More smuggledon It's cheaper than clearing visas Have you ever tried going to another planet They're mine now I'll just wait Till you die then Enjoy an extra serving of cash Go to hell Wenn wir jetzt da hier direkt fernsehen One of the most of the most commonly known as Andreas Robidotti Has been found in Old Kandinsky Staring into the middle distance Please head on Brandon After a thorough checkup They've allowed Moe to reclaim him Ich verstehe diese Welt auch nicht ganz Muss ich zugeben Oh Neji Vielen Dank für deinen Haus Komm, lass uns mal Burmese da hinschicken So, lass uns noch rechtzeitig hinkriegen Bevor wir hier den Diese Mission fertig machen Ach, dieses Telefon hier Albertino Torres, Chief of NKPD Why do you interfere with police business? What are you talking about? I don't care I wasn't listening Stay away from our police I'll get policed Nice, come back Meier-san Okay, wie geht zu den Ongi Schön, dass du da machst Ich wollte noch eine letzte Mission rausgeben Und noch den letzten Anruf machen Aber nein Da musst du mir schon schlafen gehen Ja, auf jeden Fall Spiel schaut schon interessant aus Es ist halt so dieses Das Interface ist nicht so ganz Mr. Kaka, I've had enough of your bullshit Your prediction Is forfeit Commenting immediately I know you won't go down without a fight So my son's coming in armed You should have reflected a little longer Before pissing me off The hell did I do Seriously, what's up You think it's on? I thought you were taking care of it There are police everywhere They're out for blood What a plan you had You need to deal with this shit first You're the director Fix it Okay For no reason So, und das ist Come, schicken wir mal hier die Leute hin Ah Achso, vielleicht war das doch nicht ganz so Ohne Grund Wir haben ja die Dings geklaut Die Juwelen Was hatte ich jetzt vergessen? Ich habe noch etwas Funges getan Ok Ich habe immer noch diese Idee mit dem Evil Alien Das hatte ich ganz vergessen Hallo Ich habe jetzt eine Idee Ich habe meine Gunstools von einem sehr schade Gunstool-Runner und ein High-Level-Shit für meine Reason Ich bin eigentlich nicht Ich bin nicht derjenige Ich bin nicht derjenige Ich bin nicht derjenige Ich bin nicht derjenige Ich bin derjenige Ich bin derjenige Ich bin derjenige Ich muss das klip 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 klop sure I have no idea what you were in trying to tell me but okay okay gerade noch rechtzeitig losgeschickt corporate events so und wir schauen mal nach hier wer das war oh mann 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 super schwierig es ist super schwierig auf jeden fall hier irgendwie rausfinden wer was getan hat und warum das ding ist ich muss ihn mal anrufen und warte mal okay der war anscheinend wirklich unschuldig ich tippe gerade mal aktuell auf den sohn der bürgermeisterin 5 5 5 1 1 0 1 i'm busy make it short nevermind nevermind i want to call her hey there boss are you gonna bench me again i suggest not about the mole oh so many like i've got a ton of gossip come on here open the floodgates then scooter he's a good boy the best boy what is next melinda losing her custody battle is that about the only thing she really cares about naturally she won't get full custody uh versatlik versatlik i'm not saying this one is just elusive but i'm thinking he's actually just lazy he likes reality shows a lot what is this just a minute okay omni this thing she's all about mercurial she can gossip with the best of us though gotta watch the other she she does okay fungus have a talk with her properly kid needs some serious sunlight though one thing's for sure she can't even get molded she doesn't leave her cave clop clop that one's gullible very lovable though the heart of gold and a dig of a god dig focus vicky health these there's fewer questions sickly pariahs smidge of kindness and all it take okay 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 now i know things about people that i don't know i don't know no folder okay Okay. Ja, dann nehmen wir doch mal das Bait hier. Ich schicke mal sie hier. Und dafür schicke ich mal sie. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es war, aber unsere vier Leute sind schon mal auf der Suche. Das Problem ist, ich glaube, es ist irgendwo hier. Ich weiß nur nicht, ob es der Mayor's Son ist. Ich muss eigentlich mal rausfinden, ob ich mit meinem Numpad auch telefonen kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Numpad auch telefonieren kann. Ah, das ist wirklich sinnvoll, ihn zu schicken. Können wir doch den Scooter anrufen, ich glaube, wir haben den noch gar nicht angerufen. Mal schauen, was wir von ihm rauskriegen. Was denkst du über die Situation? Oh, Mann, ich bin nicht gut an spekulieren. Wir sind aus der Akademie nicht-scientifischen Gedanken. Gut, ja. Pick up the phone with Audible Jobe. Aye. Maybe. I might need some help. Share my progress. Yes, please. Hello. Lime for your daily tip? What is it? But first, say my name. Is it government? Damn right. Check your board then. Say thank you. Looks great in a clown suit. Oh, man. What about the search? My number from the C is O. Is in town. Wow. Looking into reversing mold. Okay. So. So. I'm not going to be an emits in Mayer's sun. Wait for this so long. For police to go after me. Oh, yeah. This one's a doozy to strap yourself in. And killing neutralizing that also will be easy. My rat will chew the wannabe tyrant into chunks. But. If we kill neutralizing it without getting the May on board. We'll have the government crawling all over us. No, you know me, Jeff. I'm all for a prolonged encounter with the meat grinder. But I assumed you'd like to survive. Anyway, next. Next, we need to get to Lutino. His cop bots. And his communication with Top Brass. All this at the same time. We'll still kill neutralizing the government and recitative. Uh. Why? Because he's still her kid? No, I meant more to do the government care. Because it sounds like a rebellion bedlam. Crush the bones of those, remember? Bedlam. Listen. To do everything that fast, we'll need help. If Albertino's out of power. Out of power. Then surely we can persuade the milkman that they'd be next once they were taken care of. Targets for Albertino are on your pad. Get me some reinforcement or we'll be facing a meat grinder. For real. I can hear you smile. I'm a rat. I was conditioned to crave the grinder. Oh, I could say the damn word. I like those words. Got it. Keep me updated on the Tino. Okay. 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 So. Probieren wir es mal mit ihm hier. Probieren wir das so. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt was wird. Need to talk about El Patino. About him. So, you'll be next, I think Albertina you're probably right, send me some proof and we'll talk. Thanks Lutzer. That's Ophie, you can go screw yourself. So, now I'm going to pick Penelope, the mother. Son is out of control. He's a menace to the balance. If I'm out, the milkman will treat the city as their personal playground. There's nothing we can deal with. Oh shit. Okay. Hat sie mehr Angst vor Mold? What's he not on? What's he not on? I called her. She's pissed. Din. She said she's going to call your father. Follow her pig. Count your damn days. Yeah, right. Okay. Okay. So, sobald das hier fertig ist, schicken wir Burmy. Ich habe es funktioniert. Ah, you're out of your mind. You don't rule the city. You can't kill and steal like shit. You own the place. I'll find enough. Your resisting address. Shit. Mr. Koch, please remember that your well-being is dependent on me tolerating you. Don't make it difficult by acting too much like a criminal. Otherwise, I'll have no option but to treat you as one. Sorry for inconvenience. Yeah, I'm just sending a Burmy to kill your son, you know. Nice. Um. Okay, whatever it did, it worked. Robertino staged a coup democratic election. Sloppy one. Burstig must be loving his ass off. Um. Okay. What the hell just happened? Come on. Hier rüber scrollen. Dankeschön. Oh, I have no idea what happened. Okay. Ich schicke mal unser Pferd hin. Ich schicke mal unsere Leute raus. Einfach mal. Weil ich hab keine Ahnung was passiert jetzt. Okay. We. We. Wir haben also das Ende. Wir waren zu krass. Huch. 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 Ja, da gähnt der erstmal, ne. Der Junge. Da gähnt der erstmal. Der Junge. Was'n los hier. Huch. Huch. Oh okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber trotzdem Schluss hier mit Save Koch. ihr wisst also ihr wisst jetzt wie es funktioniert ihr wisst dass es insgesamt ein bisschen stressig ist und ja ich finde das konzept sehr interessant ich bin noch nicht ganz überzeugt aber von von ja wie wie es sich spielt aber ich habe gehört man muss nicht davon überzeugt sein muss zu spielen also das ding ist vermutlich werde ich würde ich wenn ich ein bisschen mehr zeit damit verbringen würde auch ein bisschen besser ausfinden wie ich zu agieren habe welche grenzen nicht übertreten darf wie ich auf fragen antworten sollte also das problem ist halt auch bloß dass ja auch eigentlich dadurch dass es random ist wer der mole ist und werde mastermind ist soweit verstanden habe muss ich halt auch immer so ein bisschen auf also aufpassen wem ich jetzt und was glaube